Die europäische Arzneimittelagentur EMA will noch im Dezember über eine Zulassungsempfehlung für den Corona-Impfstoff der deutschen Firma BioNTech und des US-Pharmakonzerns Pfizer entscheiden. Bis spätestens 29. Dezember soll ein Ergebnis der Prüfung vorliegen, teilte die Agentur mit. Zum Antrag des US-Konzerns Moderna auf Zulassung seines Impfstoffs werde eine Entscheidung bis zum 12. Januar erwartet. Die drei Unternehmen hatten ihre Anträge auf Zulassung für die EU am Montag eingereicht. Sollte die EMA grünes Licht geben, kann die EU-Kommission die Verwendung der Impfstoffe für alle Mitgliedsländer genehmigen. Das wird ein großer Schritt nach vorn sein. Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Bis dahin müssen wir noch diszipliniert sein, bis wir das Virus ausschalten können. Ein EU-Kommissionssprecher sagte, das Verfahren könnte nach einer EMA-Empfehlung binnen Tagen abgeschlossen sein. Vor der Entscheidung der Kommission werde Rücksprache mit einem Expertengremium gehalten, in dem alle EU-Staaten vertreten sind.